Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. In Schweigen und wahrer Demut suche ich Gottes Herrlichkeit, um sie in dem Sohn zu erblicken, den er als mein Selbst erschuf. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Macht dir diese Aussage Angst oder kannst du sie inzwischen freudig begrüßen? Ich bin kein Körper, ich bin frei. Was macht es mit dir, wenn du dieses hörst? Weil wenn du deine Augen schließt und das Einzige, was du wahrnimmst, dein Körper ist, dann nimmst du Dunkelheit wahr. Und wenn du deine Augen geschlossen hast und die Dunkelheit durch Licht ersetzt, weil du es willst, dann wirst du dich als der eine erkennen in Gott. Und genau dort, wo du jetzt sitzt und deine Augen geschlossen hast, dort ist Licht. Dort ist keine Dunkelheit, dort ist Licht. Unsere Augen zeigen uns in einem geschlossenen, wie in einem offenen Zustand die Dunkelheit. Wenn wir nach innen schauen und dort Dunkelheit wahrnehmen, haben wir uns täuschen lassen. Wir glauben, dass da nichts ist, außer eben diese Dunkelheit. Was kannst du wahrnehmen, wenn du nach innen schaust? In Wirklichkeit, völlige Leere. Da ist nichts. Und wenn du diese Leere jetzt noch durch Licht ersetzt, weil du es willst, indem du dir sagst, ich bin der heilige Sohn Gottes selbst, wird es Lichter werden können und du wirst dich als diese Einheit erfahren. Und wenn unser Geist erhellt ist, wird die Welt erhellt sein. Denn solange unser Geist dunkel ist, erfahren wir uns in Dunkelheit. Wir sind keine Körper. Und diese zentrale Aussage, die gilt es einfach mal zu akzeptieren, damit wir sie lernen können. Damit wir in die Bereitschaft gelangen können, um dies zu erfahren und zu erfassen. Und wo kein Körper ist, ist kein Problem. Nur dort, wo ein Körper ist, ist ein Problem. Denn der Körper nimmt sich eben getrennt als von der Welt wahr. Wo kein Körper ist, ist kein Problem. Aber solange ich noch glaube, dass ich ein Körper bin, muss ich andere Körper wahrnehmen, die getrennt von mir sind. Und das ist das einzigste Problem, das existiert. Es gibt kein anderes Problem. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, die Trennung aufzulösen, sodass wir den einen auch im anderen sehen. Sodass wir das eine in allem erfahren. Sodass da, wo wir vorher Dunkelheit, das heißt Körper gesehen haben, das Licht sehen, sodass wir nicht mehr die Form wahrmachen, sondern dieses Licht in allem wahrnehmen wollen. Setze auf jeden die Krone des Lichtes, damit du dich als die Krone begreifst. Setze, bringe in jedem Herzen das Licht des Christus zum Entzünden, sodass du dich im Herzen als Christus erfährst. Sei gewillt, in jedem göttliche Anwesenheit zu akzeptieren, sodass du dich als diese erfährst. Und was könnte es ausmachen, wenn du heute immer wieder diese einen Worte fühlen willst und das heißt erfahren willst, ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. Denn ich bin kein Körper, ich bin frei. Kannst du vielleicht diese sanfte Ausdehnung wahrnehmen, die sich hierbei einstellt, die sich hierbei zeigt, durch die wir uns als dieses eine Selbst wiedererkennen? Ja, dieses Leuchten Gottes ist immer noch in deinem Herzen. Wir haben es mit hierher gebracht, es ist unauslöschbar. Es ist nicht zu verbergen. Es leuchtet in der größten Dunkelheit. Es leuchtet in deinem größten Kummer und in deinem größten Schmerz und in deinem größten Leiden. Und hierin heilen wir. Hierin erfahren wir Frieden. Ich wurde gestern gefragt, wie man denn mit Trauer umgehen kann. Und letztendlich ist mir nur eines dazu eingefallen. Wir können an diesen Trauernden denken, an diese Person, die in uns verstorben ist. Wir können an diese Person denken und erlauben uns folgende Gedanken. Wir heilen in Gott. Und dadurch akzeptieren wir nur die Heilung. Wir heilen in Gott. Und denn in Gott geschieht jede Heilung. Und so wird unsere Trauer langsam dahinschmelzen und durch einen Schauer, der dadurch deutlich spürbar wurde, ersetzt. Durch einen Lichtschauer. Und alle schwere Last fällt von unserem Herzen ab. Alle Sorgen, alle Ideen, wie dies weitergehen soll, fällt von unserem Herzen ab. Jesus lädt dich ein, mit ihm in Kommunikation zu treten. Und nicht nur einmal, sondern ständig. Und dieses Ständige geschieht irgendwann völlig automatisch. So wie wir uns daran gewöhnt haben, mit dem Ego-Denksystem in Kontakt zu sein, um keine Lösung zu erfahren, so können wir durch die Herangehensweise und durch den Lehrplan des Kurses in Wundern mehr und mehr mehr und mehr in das Bewusstsein gelangen, dass wir mit Jesus kommunizieren. Ich liebe das. Ich liebe es wirklich sehr, mit Jesus genau jetzt, während ich hier diesen Podcast aufspreche, zu kommunizieren. Das heißt, in Verbindung zu sein. Und dann muss ich nicht wissen, in keinem Augenblick muss ich wissen, was gesagt werden will, was gefühlt werden will, was mitgeteilt werden will, was übertragen werden will. Es geschieht durch Jesus, meinem Bruder, dem Lehrer, der Lehrer. Und wir sind eingeladen, wenn wir den Kurs in Wundern lernen wollen, mit dem Christus in Kommunikation zu sein, mit dem Heiligen Sohn Gottes selbst in Kommunikation zu treten. Und jedes Mal, wenn wir dies tun, fallen Projektionen von uns ab. Fällt der Schmerz von uns ab, fallen die Sorgen von uns ab. Suche nicht mehr im Außen, wende dich nach innen. Im Innen wirst du Jesus finden, der immer noch in deinem Geist ist. In deinem Inneren findest du den Christus, findest du das Licht, findest du die Freuden Gottes. Versprochen, ganz sicher. Tue es, mache es. Und beginne dadurch zu erfahren, wie dein Leben leichter und leichter wird. Völlig mühelos verrichtest du deine Tage, das, was früher mühevoll war, wird leichter und leichter. Und alle Last wird von uns genommen, denn Gott möchte, dass wir glücklich sind. Wir brauchen uns dann nicht mehr abzumühen, um im Alltag genügend Geld zu haben, um die Miete zu bezahlen. oder um einen besseren Job zu bekommen oder ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein. Das geschieht einfach alles durch unseren Sanftmut, denn der dann einkehrt in unseren Geist. Wir müssen dann nicht mehr fragen, soll ich dieses tun oder jenes tun? geführt durch den Christus, sind wir immer am richtigen Ort. Wir müssen im Traum, das heißt in einer Illusion, nicht mehr zweifeln, ob wir das Richtige tun, denn wir sind überall richtig. Und überall werden uns die Gaben Gottes gereicht. Und was brauchen wir denn anderes als die Gaben Gottes? Und wenn uns überall die Gaben Gottes gereicht werden, haben wir im Übermaß zu essen und die Miete und all das, was wir brauchen, wird mühelos zu uns kommen. Das ist der Versorgungsplan Gottes. Und dann gibt es noch den Mangelplan des Egos, wo es nie ausreicht, egal wie viel wir haben. Und deshalb öffne dich diesem Versorgungsplan der göttlichen Quelle. Und das machst du am leichtesten, indem du mit dieser Quelle in Kommunikation trittst. Mache Jesus zu deinem besten Freund. Und dir wird nichts Schöneres passieren können auf dieser Welt. Denn dann wird sie farbenfroh und nicht mehr eintönig. Und du wirst farbenfroh, weil du die Freude annimmst. Und du beginnst zu leuchten, weil du das Licht annimmst. Und wer beginnt zu leuchten, der sieht eine Welt des Lichtes. Wenn mein Geist leuchtet, kann ich keine Dunkelheit mehr sehen. Wenn mein Geist dunkel ist, sehe ich ständig eine Form, die verändert werden muss oder gegen die ich Widerstand zu leisten habe. Weil ich glaube, hier ist was nicht in Ordnung. Fühle mal Gottes Liebe jetzt in dir. Sei bereit, sage dir selbst, ich bin bereit, die Liebe Gottes jetzt in mir zu fühlen. Fühle die Freuden Gottes in dir. Sage dir, ich bin bereit, die Freuden Gottes in mir zu fühlen. Und dann erlaube dir, dieses Gefühl zu intensivieren. Erlaube dir, dass dieses Gefühl stärker und stärker wird. Und deinen Geist, deinen ganzen Geist durchdringt. Und intensiviere dieses Gefühl noch einmal. Und noch einmal und noch einmal. Und staune, welchen glücklichen Tag du beginnst. Du hast dich selbst erhoben im Geiste Gottes und erhebst somit die ganze Welt. Was gibt es jetzt noch zu tun, Besonderes, wenn du die Welt in deinem Geiste erhoben hast? Du bist zu Hause in der vollkommenen Ordnung. Es fehlt nichts. Alles ist vollständig. Und auch du bist vollständig. Denn solange wir noch von uns glauben, dass wir noch nicht vollständig sind, aus irgendwelchen aus irgendwelchen illustren Gründen, solange sehen wir die Welt und unseren Partner und unsere Beziehungen. und unsere Beziehungen. Möchtest du deine Beziehung verändern, in der du dich jetzt befindest? mir scheint es so, mir scheint es so, dass ich ein Ja höre. Kannst du es selber tun? Wie viele Jahre hast du es schon versucht? Du und ich sind der heilige Sohn Gottes selbst. Du und ich sind das Licht Gottes selbst. Du und ich sind eins in Gott. Und das sind Gedanken, die du in deine Beziehung übertragen kannst, wenn du sie heilen willst. Und jeden Gedanken, den ich denke, den übertrage ich, den Gedanken lehre ich. Und wie viel Sinn macht es für dich jetzt noch urteilend, über deine Beziehung zu denken? Denn du verursacht jedes Mal Schmerzen in dir. Sei du die Ursache für Heilung. Ja, du, genau du, der jetzt hier zuhört, sei du die Ursache für Heilung und bestätige in den Beziehungen, in denen du dich befindest, nicht mehr die Krankheit, nicht mehr die Sorgen, nicht mehr den Mangel, nicht mehr den Schmerz und nicht mehr den Tod. Sage dir selbst immer wieder, im Geiste Gottes heilen wir. Und wer Gott an erste Stelle stellt, der ist wahrlich glücklich und der übernimmt hier seine einzige Aufgabe, die er zu erfüllen hat. Deshalb verweigere die Aufgaben nicht mehr, sondern nimm sie an, sodass dein Körper ein Mittel der Liebe wird. Sodass dein Körper ein Werkzeug Gottes wird. Sodass deine Stimme, deine Gedanken und deine Taten ein Zeugnis der Liebe sind. Weil du nur noch die Wahrheit sprichst und nichts anderes mehr. Und weil du nur noch die Wahrheit denkst und nichts anderes mehr denken willst. sage Ja zu dem, was dir heute angeboten wird und du setzt das ganze Universum in Bewegung. Denn du verbindest dich mit des Schöpfers Willen. Und wer sich mit des Schöpfers Willen verbindet, verbindet sich mit der Allmacht des Universums. Dein Ja genügt. Dein Ja genügt. Bist du bereit? Dein Ja ist der nächste Schritt in deiner Entwicklung zum Christus hin. Dein Ja wird gebraucht. Willkommen zu Hause. Dein Ja. Gebraucht. Dein Ja. Dein Ja. Dein Ja. Dein Ja. Der Lebensmacht.